Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ratchet & Clank Part 32 Blind Und die ganzen Waffen sind zu teuer Das sind das die Und die will ich mir als nächstes holen, heißt ich darf ja 25.000 besorgen Angefangen damit Öh, Timer Also wo geht's hier lang? Hoffentlich nicht hier, sondern da Die Karte könnte auch mal helfen Miss Jokun Äh, wo könnte man Wo führt das hin? Ah, was führt da hin? Oh, was war das? Oh, was war das? Du Geräusch nervst Yeah, ja, wird kaputt Ey, Spawner weg mit dir Wo kommt die ganzen, wo kommt die ganzen her? Da ist natürlich noch ein Spawner Ne, da kommt aus dem Nichts Hier reicht's Hier reicht's Hier reicht's Ach Nein Na Na Danger Das Der 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 Und weg ist er. Die Maschinengewehren müssen weg. Kommt runter! Was ist das? Ja. Was ist das? Nein! 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 Verwüster mal wieder! Und weg ist er! Blaster! Einfach durch! Was? Wieso kommt der aus dem Boden? Ne, da war ja noch einer. Und hoch hier. Ah, weg sind sie. Neben! Und Moni. Ich bin irgendwie daran gewöhnt, dass R2 irgendwie... ... dass R2 irgendwie Kamera ist. ... ... ... ... What the fuuuuuck? Ah! Weg mit dir! Hey! Weg mit dir! Hörst du auf, aufzuweichen? Geht doch! Ist dir... ging kaputt? Wo führt mich das hin? Karte! Hm, ich weiß schon, wohin. Kann sein, dass das Haus Eigenwahl eine Bedeutung hat. Oh oh! Ah! Wow! Wow! Oh oh! Ich brauch Muni! Dringend! Was ist denn das denn hier für abgefucktes Tal? Sache. Das ist total... Diese Stelle ist hinterher abgefuckt. Hallo, Fellknäuel. Ja, klau mir nur, Muni. Eine gute Wahl. Und neuer Versuch. Es ist schwerer, als es auch anscheinend. Nein! Nicht runterfallen. Nicht grätschen. Tu das nicht. Zur oberen Stadt. Ja! Bin cool, es davor nur durchzurennen. Ah, so eine Reichweite haben sie also. Einfach nur durch. Und weg seid ihr! Die sind verdammt nervig. Tschüss. Wow, 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 wow. Wann schießt er hier hin? Haha. Wann schießt er hin? Haha. Wo bleibst du? Hahaha. Wow. Nein. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich schleich mich durch. Das nennt man mal durchschleichen. Wann schießt er? Wann schießt er? Ich bin nicht schlafen. Ich bin nicht schlafen. Äh... No, nein. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Du gehst nicht ohne mich. Oh. Wie soll ich das denn machen? Oh, das ist natürlich so abgefuckt, hier keinen Zwischenspeicher zu haben. Hallo? Ach so, ich hab ja keinen Redjet. Jesus, don't up! Ah. Ja? Oh! 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 Hm, wem mach ich das? Ah? Vielleicht? Hm! Einfach falsch das Timing! Timing-Sache war das also! Was? 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 Und ich würde sagen, hier beende ich den Part und das war Let's Play Ratchet & Clank Part 32 und bis zum nächsten Part!